Tolkiens Briefe, ein Podcast mit Annika und Tobias, präsentiert von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Guten, ähm, späten Nachmittag, lieber Tobias. Hallo Annika. Hallo. Hast du es gemütlich? Bisschen warm. Ach, ich finde das eigentlich ganz schön hier so am Kamin. Ne. Es gibt keine Plätzchen mehr. Ah, das würde ich so nicht sagen. Vielleicht hat jemand noch ein paar aufgehoben und versteckt. Aha, da werde ich mich mal nach diesem Brief auf die Suche geben. Ja, welchen Brief besprechen wir denn heute? Äh, die Acht. Die Acht. Und dann packe ich euch mal, wie immer am Anfang, die Metadaten dieses Briefes zusammen. Es geht um einen Brief vom 22. Juli 1925. Tolkien schreibt an den Vizekanzler der Universität Leeds. Es ist kein ganzer Brief, es ist ein Auszug. Er ist allerdings erweitert worden, aber glaube ich immer noch nur ein Auszug. Ja, es ist eine Auslassung drin markiert. Und, ähm, ja, das war es im Prinzip zu den, äh, zu den Metadaten des Briefes. Magst du kurz einordnen? Ja, also, Tolkien ist immer noch 33 Jahre alt. Immer noch? Ja, der Brief ist einen Monat etwa nach dem letzten Brief, Brief Nummer 7, datiert. Ähm, ja, und ist im Prinzip der Bescheid an den aktuellen Arbeitgeber. Und zwar zusammengefasst lässt sich sagen, Tolkien teilt dem Vizekanzler mit, dass er auf die, dein Einsatz? Rawlinson und Bosworth, Professur? Nein, nur Rawlinson und Bosworth sagst du. Ach so, okay. Nochmal? Nein. Ähm, Professur in Oxford gewählt worden ist und deshalb seinen Rücktritt einreichend. Er entschuldigt sich für die Kürze seiner Anstellung in Leeds, wo er nur fünf Jahre tätig gewesen ist. Ja, ich würde sagen, dann haben wir jetzt alle Formalitäten abgefrühstückt. Ihr wisst jetzt da draußen, worum es geht. Mhm. Und wir machen jetzt mal einen Deep Dive in den Brief. Ja, ähm, genau. Es ist ja, wie gesagt, die, wenn man so möchte, Antwort in einer Art und Weise auf den letzten Brief, wo es ja um die Bewerbung ging, um die Professur. Und jetzt gibt er halt seinem Arbeitgeber Bescheid. Ich habe das angenommen. Also ich bin dafür ausgewählt worden. Ich werde es auch annehmen und reiche jetzt meine Kündigung ein. Aber auch in einer Art und Weise, wie man es heutzutage nicht mehr gewohnt ist. Also auch in dem Wortlaut. Das ist halt wirklich schon etwas, ja, da merkt man, dass dieser Brief jetzt fast vor 100 Jahren geschrieben worden ist. Genau, also als erstes informiert er eben darüber, dass er, ähm, dass er ernannt worden ist auf diese Professur. Also dass er das bekommen hat und dass er es angenommen hat. Und informiert auch, wann es losgeht, nämlich zum 1. Oktober. Das ist dann nämlich das Micromass Term, also das Trimester, das von Oktober bis Dezember geht. Und er sagt auch noch, dass er mit sehr großem Bedauern, was du ja gerade in der Zusammenfassung schon gesagt hattest, das mitteilt. Was ich halt lustig fand, so aus heutiger Sicht, fünf Jahre ist ja schon eigentlich echt eine gute Zeit, um irgendwo gearbeitet zu haben. Und, ähm, ich glaube... Es gibt Leute, die sind heutzutage schon dreimal weitergezogen. Genau. Aber ich glaube, das hängt eben auch damit zusammen, also mal von der Zeit abgesehen, dass er ja auch diesen Lehrstuhl, diese Professur, da in Leeds ja auch mit aufgebaut hat. Und, und, und mit begründet hat, ne? Was da, die, die Unileeds ist ja eh noch sehr jung zu diesem Zeitpunkt. Das hat er ja auch in dem letzten Brief geschrieben, ne? Wie er dann so immer mehr Studierende, ja. Oder Studenten in dem Fall ja wirklich, äh, dann ihre Ausbildung gemacht haben, wie, wie sie ihre Bachelorarbeiten, die eigentlich schon viel zu groß geworden sind. Und, ja, klar, wenn du halt so etwas komplett aufgebaut hast, fällt es aber natürlich auch nicht ganz so leicht zu gehen. Wobei, wir reden hier von Oxford. Mhm. Aber ja, es ist halt trotzdem sehr, sehr spannend, was da halt noch alles mit, äh, ja, mit drin steckt in diesem Brief. Wieder mal mehr, als man auf den ersten Augenblick sieht. Da kommen wir dann nachher zu. Also man kann hier richtig schön tief eintauchen. Ja. Möchtest du weitermachen mit dem Inhaltlichen? Nö, also zum Inhaltlichen habe ich jetzt so nichts. Ich meine, es ist jetzt auch ein bisschen, ja, es ist nun mal, es ist ein Antwortbrief. Mhm. Und er sagt ja eigentlich, ich kündige. Ja. Wie du schon gesagt hast, ich finde es halt auch sehr, sehr spannend, halt, wie er das macht. Ähm. Und dass er halt ja auch noch mal auf die, ähm, Freundlichkeit der Universität halt eingeht und dass er halt, ähm, sehr, sehr glücklich war. Also, also man merkt so, ihm ging's da, ihm ging's da wirklich gut. Und ich glaube, er geht da auch mit einem lachenden, aber auch mit einem weinenden Auge, lese ich aus diesem Brief raus. Und, ähm, ja, hofft halt eben, hofft auf Vergebung. Schreibt er ja dann eben für diese kurze Zeit, die er da war. Und dass er halt jetzt eben so ad hoc aus dem Nichts heraus kündigt. So, oder? Kann man, glaube ich, sagen. Genau. Und dann kommen noch zwei Absätze hinzu, die in der ursprünglichen Version noch nicht enthalten waren. Sind wir jetzt mit den Sachen, weil die, die hinzugekommen sind, ist ja eine eigene Rubrik bei uns. Ah, ja, genau. Und wir würden halt ganz gerne einmal, ja, um auch eine klare Trennung zu machen, so, was ist der Ursprungsbrief, der veröffentlicht wurde? Ja. Weil du hattest mir hier noch etwas eingekreist und ich wusste jetzt nicht, ob du das vorlesen wolltest oder nicht. Ah, kann man natürlich machen, weiß ich schon nicht mehr. Es ist schon ein bisschen her, dass ich das vorbereitet habe tatsächlich. Was habe ich denn eingekreist? Ja, den letzten Absatz des Originalbriefes. Ah ja, das können wir gerne. Soll ich erst Englisch oder willst du erst Deutsch? Okay. Gut, das ist der zweite Absatz, ne? Nur der plötzliche Rücktritt. Okay. Also da heißt es im Englischen Original, Zitat, Zitat Ende. Und im Deutschen steht geschrieben, Zitat, nur der plötzliche Rücktritt meines Vorgängers hatte ich so bald auf mich zukommen lassen. Ich machte mir allenfalls vage Hoffnung darauf, für die ferne Zukunft, doch angesichts der Freundlichkeit und der großen Befriedigung, die ich während der kurzen Periode meiner Arbeit an ihrer Universität erfahren habe, komme ich mir undankbar vor, wenn ich darum bitte, sobald schon von meiner Stellung entbunden zu werden. Ich hoffe, sie werden mir verzeihen. Also ich fand das wirklich total nett und lieb, wie er das formuliert. Jo, Chef, drei Monate Kündigungsfrist, wisst du Bescheid? Ein paar mehr. Zack, hier, Kündigung. Das war's. Ja, also ich finde das schon sehr nett. Und auch man, also wie ich schon gesagt habe, ich finde, man merkt da halt eben auch, es ging ihm da sehr gut. Ja. Und ich glaube, er wäre da auch, wenn sich diese, ich sag mal, Wahnsinnsgelegenheit nicht ergeben hätte, da sicherlich auch gerne auch noch länger geblieben. Ja, das stellst du mir gerade wirklich die Frage, es sind zwei Monate, ob es damals schon Sachen wie Kündigungsfristen und so gab. Ja, gab's. Und die ist echt lang, nämlich sechs Monate. Ah, okay. Das heißt, ich habe nämlich ein bisschen recherchiert. Ich weiß nicht, ist das jetzt schon, doch, das ist eigentlich noch Brief, ne? Ja, also das ist ja so eine Frage, die du kannst jetzt ruhig gerne zum Brief direkt beantworten. Ja. Wir müssen ja auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Genau, wir haben ja die Reihenfolge eh selber festgelegt. Also können wir es ja selber über den Haufen werfen. Ja, aber ein bisschen Struktur und Ordnung sollte schon sein. Ja, definitiv. Genau, und zwar hat er sechs Monate Kündigungsfrist, wenn man das so nennen kann. Das heißt, er ist bis Ende Dezember halt in Leeds noch verpflichtet, bis zum 31.12. Und zum 1. Oktober beginnt er, schreibt er dann das Semester in Oxford. Was passiert also? Tolkien muss zwischen Oktober und Dezember, also in diesem Michaelmas Term, beide Unis abdecken und an beiden Unis lehren. Lehren. Lehren, genau. Und das Gute ist halt, es ist ja jetzt Juli, das heißt, das Trinity Term, das geht von April bis Juni, ist halt gerade vorbei und abgeschlossen. Er wird jetzt wahrscheinlich halt noch in den Prüfungen sitzen und so weiter. Aber er hat jetzt aktuell gerade keine Lehrtätigkeit. Und es geht dann halt erst im Oktober wieder los. Und er löst das dann halt, indem er halt in Leeds Leben bleibt, noch für die Zeit. Und dann 14-tägig nach Oxford fährt und dort dann halt freitags und samstags unterrichtet. Also da war dann wohl auch die Uni in Oxford sehr kulant, dass er das dann halt so machen kann. Kann er dann auch doppeltes Erhalt bekommen? Das weiß ich nicht, wie das dann geregelt war. Im Prinzip müsste es ja, oder? Weil er hat ja zwei Arbeitgeber dann zwei Stellen. Und es ist ja auch nicht so wie beim Staat, wo du dann irgendwie, deine Arbeitszeit aufteilst. Ja, also interessant halt auch, dass diese beiden Unis da auch so flexibel drauf reagieren. Oder was heißt flexibel? Auf der anderen Seite, ich meine, das ist ja heute nicht anders. Wenn du ein absoluter Koryphäer oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und wo sich alle Firmen die Finger nach, dann guckt man schon, dass man sich irgendwie wie hinbekommt. Und so wichtig war es jetzt auch nicht. Ich meine, ich gönne dem Typen jeden Euro. Oh, wir wissen ja, dass er sich nachher auch verschuldet hat. Ja, das ist dann noch ein bisschen später. Mit der Steuer verschätzt. Ja, ich glaube, dann kommen wir auch direkt zu den Neuheiten. Sprich mal, ich glaube so, alles, was jetzt kommt, beziehen wir ja aus dem, was jetzt neu veröffentlicht wurde. Genau. Ich habe auf jeden Fall noch eine interessante Info. Sein Nachfolger in Leeds, also die müssten sich da auch keine Sorgen machen, wird dann nämlich Evie Gordon mit dem mein Leeds ja schon zusammengearbeitet hat und der bei uns als erstes auftaucht in der Folge zu Brief Nummer 6. Ja. Habe ich gerade noch mal nachgeschaut. Und wer folgt noch mal auf Evie Gordon? Ist das dann nicht schon Tom Shippey? Ja. Kann das sein? Echt? Oh, cool. Ich meine, dass er direkt... Direkt auf Gordon. Das kann schon sein. Ja. Ich weiß nicht, Gordon stirbt 38. Ach so. Kommt das? Nee, das kommt nicht hin. Dann ist da noch jemand dazwischen. Ja. Ja, aber Tom Shippey wird auf jeden Fall diesen Lehrstuhl auch zu einem späteren Zeitpunkt innehaben. Das heißt, die Zukunft ist gut gepflastert, was Tolkien da seinerzeit vorbereitet hat. Genau. Und mit Gordon hat er ja... Ich komme mir schon fast vor, so wie ein Sportkommentator, der eine Platte-Metapher nach der nächsten raushaut. Ja, also mit Gordon hat er ja an Sörger Wein auch schon in Leeds gearbeitet, sehr gut befreundet. Also ich glaube, den müssen wir jetzt nicht... Den haben wir jetzt so häufig. Genau. Also, Anni, lass uns mal gucken, was ist neu? Genau, was ist neu? Ich kann verstehen, warum es ausgelassen wurde. Das wird jetzt wahrscheinlich mal die Einführung werden. Aber das ist ja schön, wenn es so Sinn ergibt. Ist es langweilig? Was ist langweilig? Dann ist es langweilig. Nö, finde ich nicht. Übrigens, wenn es hier so raschelt und knistert im Podcast, nur damit du Bescheid wirst, wir arbeiten hier ja tatsächlich noch mit bedrucktem Papier. Also das ist dieses, wo man sich so wunderbar so Schnitt in den Fingern holen kann, wenn man aufpasst. Wenig digital. Das heißt, wenn wir jetzt so, das sind das Durchblättern, Druck frischer Seiten. Die Ausgabe riecht auch noch neu. So, Entschuldigung. Genau. Ich schwurfe da ein wenig ab. Du schwurfst ein bisschen ab. Neu sind dann zwei Absätze. Also fast so viel wie das, was schon da war. Wenn nicht sogar ein bisschen, ich gucke gerade, versuche es gerade zu überschlagen mit Zeichenzahlen. Es kann sogar sein, dass das, was neu hinzugekommen ist, fast mehr ist als das, was da war. Ah, nicht ganz. Egal. Sehr, sehr, sehr schön, was mir als erstes ins Auge springt, weil ja jetzt hier im Englischen beide Briefe nebeneinander liegen, ist beim letzten Brief, I remain, gentleman, your obedient servant, J.R.R. Tolkien. Und hier steht nur noch, yours, sincerely, J.R.R. Tolkien. Ja, und das yours ist sogar noch abgekürzt, Y.R.R.S. Aber auch wieder, Entschuldigung, aber auch wieder so schön eingerückt, wie Tolkien ja unterschrieben hat. Er hat ja da nicht ganz, ganz links, wie man es ja meistens macht, wenn man MFG zeigt, Name drunter, wenn man überhaupt noch unterschreibt. Aber er hat das immer so schön, schön eingerückt. Ja. Und die Anrede ist auch dir, Dr. Bailey. Also, ne, lieber Dr. Bailey oder so, würde man es wahrscheinlich heute übersetzen. Und da merkt man halt auch, finde ich, klar ist das so die Standardanrede, aber ich glaube, die kennen sich. Davon kann man ausgehen. Vor allem, weil es in dem neu hinzugekommenen Teil hofft er eben auch, dass Dr. Bailey diesen perfekten Sommer genießen kann, weil er eben verreist ist und so. Und also, da merkt man schon, die wissen, wer sie sind, das ist jetzt nicht irgendein ominöser Typ, den man da schreibt. Und auch da wieder, ab einer, das ist meine Weltanschauung, ab einer gewissen Größe bleibt man natürlich noch dieses förmlich freundliche, aber doch etwas mehr als kollegiale miteinander. Die werden jetzt nicht gegenseitig Grillpartys geschmissen haben, was einfach nicht die Zeit dafür war. Aber du hast halt schon irgendwie so, ja, da sind ja Menschen mit immensem Fachwissen und Co., die bewegen sich auf Augenhöhe. Tolkien ist nicht mehr der kleine Student, der gucken muss, wie er irgendwie seine Studiengebühren bezahlt kriegt oder dann an die Front ist. Also ich meine, er hat beim Oxford Dictionary gearbeitet, er hat hier einen Lehrstuhl aus der Taufe gehoben. Und das ist also jemand, mit dem sich dann auch ein Vizekanzler auf Augenhöhe bewegt. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Genau. Dann informiert er eben noch, dass für den Fall eben, dass er verreist ist, wie er hofft, eben auch den akademischen Kanzler, also den Registrar, heißt er dann im Original noch, ja, du schmunzelst schon, noch informiert und denkt aber, dass das nicht nötig ist, da Abercrombie Bescheid weiß und wie Tolkien glaubt, sehr beschäftigt war. Also beschäftigt wahrscheinlich im Sinne von Rürich, dass der da schon seine Sachen irgendwie ins Rollen gebracht haben wird. Genau. Und dann folgt noch ein letzter Absatz, wo er so ein bisschen jammernd, wie heftig das Ganze ist. Und da dachte ich mir, das könnten wir auch mal eben noch im Original einlesen und in unserer eigenen versuchten Übersetzung. Ei, ei. Im Englischen Original heißt es da, Zitat, So far I have been so tormented, as many of us annually are in the early summer with scripts of Leeds, Oxford and the schools, that I have been quite unable to lend a hand in spite of goodwill in the university's present campaign. This event, I am afraid, will finally preclude me from taking an active hand in this particular service, as the months ahead, I can now see, are going to be very laborious indeed. Zitat Ende. Und wir haben es wie folgt einfach übersetzt, Zitat, Bisher war ich, wie viele von uns jedes Jahr im Frühsommer, so sehr mit Skripten von Leeds, Oxford und den Schulen geplagt, dass ich trotz guten Willens nicht in der Lage war, bei der aktuellen Kampagne der Universität mitzuhelfen. Ich fürchte, dieses Ereignis wird mich endgültig davon abhalten, mich aktiv an diesem besonderen Dienst zu beteiligen, denn die kommenden Monate werden, wie ich jetzt schon sehe, in der Tat sehr mühsam sein. Zitat Ende. Genau, mühsam oder auch arbeitsreich, da war ich mir jetzt nicht sicher, wie man es am besten übersetzt. Aber ihm ist halt jetzt auch schon klar, was da jetzt auf ihn zukommt mit diesen zwei Lehrstellen. Das ist natürlich schon krass. Wenn wir so weitermachen, fragt er Gott, ob du es nicht übersetzen möchtest. Oh, nee. Ich glaube, da gibt es bessere Kandidaten dafür, die sowas gelernt haben. Das fand ich halt auch sehr interessant, einfach wie er das halt hier dann auch schon so anklingen lässt, dass ihm halt bewusst ist, wie viel Arbeit das wird, aber dass er dafür bereit ist, aber dass er halt eben deswegen nicht bei anderen Dingen mithelfen kann, wie eben dieser aktuellen Kampagne der Universität. Da habe ich auch mal recherchiert, weil ich natürlich wissen wollte, was das ist. Hattest du dazu auch was? Nein. Und zwar habe ich rausgefunden, dass 1925 die erste große Spendenkampagne oder Fundraising-Kampagne Also jetzt Neudeutsch-Fundraising. Ja, der Universität Leeds stattgefunden hat. Und man wollte halt eben die Uni ein bisschen mehr, ich sag mal, promoten, weil die ist ja zu diesem Zeitpunkt erst 21 Jahre alt. Also die Uni an sich. Ach, 21, ein schönes Alter. Und witzig ist auch, was ich rausgefunden habe, richtig, richtig cool, packen wir euch den Link auf jeden Fall in die Shownotes, das ist echt toll. Es wurde dazu ein Stummfilm gedreht oder halt ein Film, in den 20ern war das die Form eines Films, geht so 22 Minuten und der Film zeigt halt so diese Einrichtungen, hier heißt es die relativ einfachen Einrichtungen einer Universität, die erst 21 Jahre alt war, so heißt es in der Beschreibung von dem YouTube-Video. Und er zeigt halt eben auch einige der älteren Gebäude, die für frühere Einrichtungen gebaut worden waren, das Leeds Medical College, das Leeds College of Science, die zusammen die neue Universität gebildet haben. Und die Kampagne war wohl ein großer Erfolg, also es wurden sehr viele Spendengelder gesammelt und damit konnte dann der Bau der prächtigen Brotherton Library, heißt es hier, erbaut werden oder der Bau wurde möglich dadurch, die bis heute ein wesentliches Merkmal der Universitätslandschaft und des Studentenlebens ist in Leeds. Also ziemlich coole Sache. Ich finde es natürlich sehr, sehr schade, dass Tolkien keine Zeit hatte, daran mitzuwirken, weil stell dir mal vor, er würde bestimmt in diesem Film auftauchen. Oder im Hintergrund vorbeilaufen. Ja, und dann wäre der inzwischen voll der Klassiker. Und heute kennt den irgendwie, außer vielleicht den Studis an der Uni Leeds, kein Mensch mehr. Ja doch, jetzt ein Millionen, du hast es ja jetzt nochmal einem Milliardenpublikum vorgestellt. Also auf jeden Fall echt cool gemacht, weil halt so, ja, klassisch-Dummfilm halt immer wieder so Textplatten halt eingeblendet werden. Ist ja auch so eine schöne Klaviermusik druntergelegt. Nee, da ist keine Musik dabei. Das müssen wir nachvertonen. Genau. Und das macht halt einfach Spaß, einfach die Menschen in dieser Zeit zu sehen. Ich liebe sowas ja eh total, wenn es irgendwo Filmaufnahmen gibt. Allein schon die Mode oder was die gerade, wie die halt auch gucken, was die machen und so. Das finde ich immer ganz, ganz spannend. Also das ist die Kampagne, die hier erwähnt wird, an der Tolkien sich eben aus Zeitgründen dann leider nicht beteiligen konnten. Voraussichtlich nicht. Voraussichtlich. So weit sind wir ja noch nicht. Ja. Aber so wie wir Tolkien kennengelernt haben, bislang glaube ich auch nicht daran, dass das sowas wird. Schauen wir mal. Ja. In der nächsten Folge werden wir es wissen. Gut, das war jetzt im Prinzip auch schon fast ein bisschen so die historische Schiene. Ja, also nicht wirklich historisch, gibt es ja nicht viele. Wir kommen jetzt aber erst mal zu den Personen. Genau. Und da hast du uns jetzt drei rausgepickt. Oder wir sind auf drei gestoßen. Vier. Ja, die zwei, die wir bei der letzten Folge ja ausführlich gesprochen haben, die müssen wir jetzt hier nicht nochmal vorstellen. Es geht um meinen Freund Richard Rawlinson und Joseph Bosworth, die ja im Brief sieben mit der die Namensgeber für den Lehrstuhl hier schon sind. Aber hier steht als erstes Sir James Black Bailey. Genau. Ist das der Urgroßvater von, nein, schon gut. Nein, das ist der Vice Chancellor of Leeds University. Und lustig, also der Adressat dieses Briefes ist lustig, fand ich. In der ursprünglichen Ausgabe steht nur dran, als Adressat an den Vizekanzler eben der Uni. Und jetzt in der neuen Ausgabe wird er auch namentlich erwähnt. Ich habe nämlich erst nicht in die neue Ausgabe reingeguckt und habe erst mal recherchiert, wer war denn zu diesem Zeitpunkt Vizekanzler. Aber ich meine, das ist ja auch sehr schön, weil es kann ja jetzt sein, wie hast du es gefunden? Also wie wirst du vorgegangen? Das kann ja durchaus auch für andere Leute, die sich mal geschichtsmäßig interessieren, wo sie halt eben nicht das Glück haben, sondern kannst du aber eben so ganz kurz sagen, wie du da vorgegangen bist? Ja, ich habe erst mal geguckt auf der Seite der Uni Leeds, ob es da halt irgendwie eine Chronik sozusagen aufgestellt gibt von den verschiedenen Amtsinhabern. Dann bin ich da nicht direkt fündig geworden über die Google-Suche, aber bin ich dann natürlich auf Wikipedia gekommen und da gibt es diese Listen. Und die gibt es sicherlich auch auf der Uni-Seite, nur habe ich sie wahrscheinlich nicht schnell genug gefunden oder habe ich nicht da geguckt, wo ich hätte gucken sollen. Auf jeden Fall findet man das dann halt recht schnell. Und dann gibt es da halt auch die Auflistung, wer war halt eben dieser Registrar, der dann da noch erwähnt wird, also der akademische Kanzler. Und dann kannst du halt nachgucken, auch von wann bis wann war derjenige, welche Position. Also das geht tatsächlich online halt ganz flott. Du musstest also nicht nach Oxford, nach Leeds. Leider nicht. Ja, Sir, sogar James Black Bailey hat gelebt von 1872 bis 1940, war britischer Philosoph, Professor für Logik und Metaphysik an der University of Aberdeen und von 1924 bis 1938 eben Vizekanzler der University of Leeds. Und das habe ich hier doppelt drin, auch interessant. Und er ist akademisch dafür berühmt geworden, sozusagen, er hat die erste englische Übersetzung von Hegels Phänomenologie des Geistes. Wie war der Titel? Phänomenologie des Geistes. Bitte nochmal langsam, ich habe das nicht verstanden. Die Phänomenologie des Geistes von Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ja, ein Deutscher. Und hat die eben übersetzt 1910 ins Englische. The Phänomenology of Mind. Ah, ja. Genau. Auch ein sehr schönes, klangliches Wort. Ja, genau. Dann haben wir noch erwähnt, eben Rawlinson und Bosworth brauchen wir jetzt nicht mehr. Ganz kurz für die, die es nicht nachgehört haben, in den Shownotes packen wir euch natürlich alle mit den Kurztexten nochmal rein. Das heißt, wer jetzt die Folge 7 nicht nachhören möchte oder es nicht interessiert, aber trotzdem kurz wissen möchte, schaut immer in die Shownotes. Da stehen sie drin. Und wenn ihr einen Player habt, der keine Shownotes hat, ich glaube, Spotify hat die noch nicht, dann geht einfach auf tolkins-briefe.de und da findet ihr die Shownotes auch nochmal. Sehr cool. Gut, dann wird ja hier noch erwähnt, in unserem ersten Zitat in dieser Folge, dass ja nur durch die plötzliche, wie heißt es auf Deutsch, das plötzliche Zurücktreten oder so seines Vorgängers, da eben wird das möglich. dieser Vorgänger, also der vor ihm diesen Lehrstuhl, den Rawlinson-Busworth-Lehrstuhl in Oxford innehat, ist Sir William Alexander Craigie. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon erwähnt. Da taucht er schon auf, schottischer Philologe und Lexikograf. und Lexikograf. Lexikograf. Schön, gell? Hier lernt man wirklich nochmal richtig schöne Wörter. Die Phänomenologie eines Lexikografen, ja. Also der wird eben in Brief Nummer 7 schon erwähnt. Und dann ist hier eben in dem Teil, der neu ist, schreibt Tolkien ja dann, dass er eben für den Fall, dass der Dr. Bailey eben im Urlaub ist, wohlverdient eben auch den Registrar, den akademischen Kanzler unterrichtet. Und das hat ein bisschen gebraucht, bis ich den rausgefunden habe. Aber auf... Keine Geschichte ist zu versteckt, für unsere Geschichtsarchäologin. Oh, voll schön. Ja, tatsächlich war es dann nicht so schwer. Ich habe halt nachgeschlagen dann bei Skull Hammond. Die haben den als E.S.Craig benannt. Und ich sehe gerade, du hast das S-Punkt rausgefunden. Ja, ich musste dann nämlich erst mal E. rausfinden. Also das war dann noch, ging dann online relativ okay mit Registrar und Oxford University Tio 1925. Dann kommt man irgendwann auf Edwin Craig. Und dann wollte ich natürlich noch wissen, wovor das S steht und habe dann noch halt lange gesucht. Und ich bin auf eine Publikation gestoßen, der Uni Oxford, von einem Edwin Stewart Craig, die genau in diese Zeit fällt und in seinen Verantwortungsbereich. Also kann ich davon ausgehen, dass E.S.Craig Edwin Stewart ist. Ich habe auch rausgefunden, dass er vermutlich, dass es jetzt aber wirklich mit einem großen Fragezeichen 1865 geboren sein könnte. Ich habe aber weiter sonst zu seinen Lebensdaten nichts rausgefunden. Also ich weiß nicht, wann der gestorben ist. Er war, ja? So eine blöde Idee, einfach die Uni Oxford anschreiben. Ja, könnte man natürlich machen. Ich habe mir dann nur gedacht, also es gäbe dann im, na, im Uni-Netzwerk gäbe es ein paar Publikationen, die man sich angucken könnte, wo vielleicht dann halt in dem bibliografischen Anteil was drinsteht. Also habe ich natürlich gleich Jonas angehauen, der ja als Studie halt einen Zugang hat. Bei denen ist aber gerade irgendwas mit dem Server kaputt, sodass er nicht reinkommt. Und ich dachte mir dann so, okay, ich investiere gerade schon wieder viel zu viel Zeit für so Kleinigkeiten, die wahrscheinlich niemanden da draußen interessieren. Doch, 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 doch. Also das wissen wir ja. Es gibt ja auch dann, die nächste Folge wird ja die Feedback-Folge. Und wir wissen ja, dass ganz viele gerade so diese Feinheiten. Und ganz ehrlich, wer, wenn nicht wir, würde das denn eben machen? Und vielleicht ist das tatsächlich mal eine Frage vielleicht fürs Advents-Quiz oder falls ich ein zweites Buch rausbringe. Wofür steht das S bei? Wann lebt er? E.S.Craig? Dann wissen die Leute, dann haben die Leute, die unseren Podcast hören, auf jeden Fall einen Vorteil. Also ja. Ja. Also da lässt sich auch einiges über Online-Listen halt rausfinden, wer wann was inne hatte. Und dieser akademische Kanzler ist halt im Prinzip für die Gestaltung und Umsetzung einer universitätsweiten Studentenverwaltung verantwortlich. Also mal ein Riesenfeld. Äh, Craig war das von 1907 bis 1900, ähm, nee, andersrum. Hä? Genau, Craig war auch stellvertretender Kanzler und Sekretär der Fakultätsvorstände und zwar von 1907 bis 1924. Und 1924 nimmt er dann eben diesen Posten des Registrats oder des akademischen Kanzlers an. Und von 1918 bis zu seinem Tod, 1930, guck mal, jetzt hab ich doch, wo hab ich denn jetzt hier dieses Todesdatum her? War er Fellow des, also, warte mal, von 1918 bis zu seinem Tod 1930, guck an, war er Fellow vom Maudlin College und von 1926 bis 1928 Vizepräsident des Colleges. Von 1924 bis 1926 war er auch Vorsitzender des Rates des Somerville Colleges. Also das geht jetzt wirklich sehr ins Detail. Aber schau an, 1930, jetzt kann ich das hier nämlich gleich ausfüllen. Wie hab ich das denn überlesen? Weil das ist nämlich der kleine Schnipsel, der bei der, bei der Liste, bei der Wikipedia-Liste von den, von den Posten drin steht. Ja. Von diesen Registratsposten, genau. Und da ist dieser kurze Text eben mit der Einordnung. Du kannst ihn aber halt nicht anklicken, also es gibt keine weiteren Daten dazu. Okay, dann ist Fragezeichen 1865 geboren, höchstwahrscheinlich und 1930 gestorben. Sehr cool. Guck mal, hat sich das jetzt in der Folge aufgelöst. Gut. Und last but not least, Annika? Genau, dann wird ja noch dieser Abercrombie da so beiläufig erwähnt, der ja wohl schon sehr rührig ist und da schon irgendwas in die Wege leitet. Das ist ein LaSalle Abercrombie, war, hat gelebt von 1881 bis 1938, der war englischer Lyriker, Journalist und Literaturwissenschaftler und ab 1922 Professor für englische Literatur an der Uni Leeds, nachdem Evie Gordon nach Oxford zurückgekehrt war, den haben wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Und die Oxford University Press hat 1930 sein fast vollständiges lyrisches Werk veröffentlicht und es fehlte lediglich ein Stück, nämlich The Sale of St. Thomas, das Abercrombie 1931 abschloss und das als sein reifstes Werk gilt. Also er ist hauptsächlich als Lyriker bekannt. Und hier eben auch Professor für englische Literatur in Leeds, was das jetzt in welcher Form das zusammenhängt, dass der da jetzt schon irgendwie aktiv wird oder beschäftigt ist mit diesem ganzen Uni. Vielleicht ist da auch so die Klatschbase der Uni, kann ja sein. Kann aber auch sein, dass er halt in irgendwelchen Ausschüssen mit drin ist als Mitglied oder so und da halt dann eben schon den Kanzler und wen alles informiert haben wird, dass Tolkien diesen Posten annimmt. Also das können wir jetzt aktuell nur vermuten, falls da jemand was weiß, gerne schreiben. So und dann war es das, was die Person betrifft. Ich hoffe, wir haben keine vergessen, aber ich glaube nicht. Ich hoffe auch. Und auch bei der historischen Einordnung, dadurch, dass wir jetzt einen Monat nach dem letzten Brief sind, gibt es da jetzt nicht viel zu sagen. Es gab keine Einbrüche, es gab keine Geburten, es gab keine Todesfälle in dem Zeitraum. Zumindest keine von denen, wir vermuten, dass sie so gravierend waren. Der König hat nicht abgedankt. Genau. Ich glaube, dann haben wir es für diesen Brief, oder? Ich schaue noch mal kurz in mein Notizheft. Und dann kann man schon zum Fazit kommen. Oh mein Gott. Ah, ich habe noch was, was ganz kleines. Und zwar habe ich noch rausgefunden, dass, es haben sich ja mehrere Leute für diese Professur in Oxford beworben. Logisch, nicht nur Tolkien. Und drei kamen in die engere Auswahl. Und zwei von diesen dreien sind eben War nicht Tolkien. Doch, ein bestimmter Herr Tolkien. Und der andere war Kenneth Seesum, den wir ja jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt haben, der auch mit Evie Gordon und Tolkien zusammen und so weiter und Tutor und so haben wir auch alles schon. Aber ich sagte ja, zwei von den dreien waren nicht Tolkien. Ja, das stimmt. Aber den dritten weiß ich nicht. Weil bei Skull Hammond werden nur die beiden halt erwähnt, weil der Seesum natürlich halt wichtig ist und interessant. Genau. Also das fand ich noch sehr lustig und eben Evie Gordon als Nachfolger dann in Leeds. Also da schließen sich halt so ein paar Kreise. Fand ich jetzt auch irgendwie ganz nett. Auch das hat sich heutzutage nicht geändert. Wenn du einmal in einer Branche tätig bist, wechselst du im Regelfall auch Branchen intern und nicht irgendwie komplett. Und ich habe noch was mir aufgeschrieben, was ich noch total schön fand. Und zwar wechselt Tolkien ja dann eben zum 1. Januar 1926 komplett nach Oxford und seine Studis aus Leeds. Du guckst es aber schon in die Zukunft, ne? Ja, wir sind ja erst im Juni. Es betrifft aber noch diesen Brief oder dieses Kapitel seines Lebens, das wir ja heute eigentlich auch so ein bisschen mit abschließen, weil Ich bin mal sehr gespannt und höre mit Adlerohren zu. Solange du mir nicht mit Argus-Augen irgendwas beobachtest. Und guck, ob du mir schon Teile meiner nächsten Sendung klaust. Okay, dann schauen wir mal. Und zwar haben die seine Studis in Leeds zusammengelegt, also Geld, um ein Foto von Tolkien, also ein Porträt, im Department of English aufhängen zu lassen und schenken ihm sozusagen als, ich würde mal vermuten als Abschiedsgeschenk, einen Abzug davon, der halt nicht verwendet worden ist. Und ich meine, in der Zeit sind Fotografen, also Fotografenaufnahmen oder überhaupt Fotos, Porträts, jetzt halt auch nicht so wie heute, wir machen mal schnell ein Selfie. Ist das dieses große Schwarz-Weiß-Foto von ihm? Das kann sein. Das, wo dran steht irgendwie, also es gibt ja eins aus den 30er-Jahren, das ist unwahrscheinlich, weil das ja hier 25, aber es gibt eben noch eins, das mit der Uni im Zusammenhang steht. Mehr weiß ich dazu gerade so ad hoc leider nicht, aber das fand ich halt total nett, weil das eben auch zeigt, nicht nur, dass Tolkien da halt recht happy war, sag mal. Das ist es. Ja, aber ist das nicht das aus den 30ern? Nein, das hier steht nämlich drin bei der allwissenden Müllhalde. Between 1925 and early 1926 on public display short after creation first noun print publication 8th Oktober 1937. Cool. Dann kannst du den Link ja dann auch noch eben in die Show notes tun. Also hier steht Photograph of J.R.R. Tolkien in the 1920s on leaving Leeds University. Ja, dann ist das das, was die Studenten eben da zusammengelegt haben. Also das fand ich auf jeden Fall total nett, weil es eben nicht nur zeigt, also aus dem Brief geht ja schon hervor, dass Tolkien da eine ganz gute Zeit hatte, sondern halt eben auch, dass die Studenten da auch wohl sehr begeistert von ihm waren oder ihn gern gehabt haben, weil sonst würdest du das ja nicht machen, wenn du da in einem Profhaus nicht leiden kannst, dann gibst du für den kein Geld aus. Ja. Und willst auch nicht dem sein Gesicht dann immer wieder sehen. Wobei das wahrscheinlich im Stuff-Haus war, also ob es die Studenten dann selber mal so oft zu Gesicht bekommen haben, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall fand ich das halt ziemlich cool. So ein kleines Detail, was einfach so nett ist und sicherlich auch Tolkien erfreut haben wird. Ja. Jetzt habe ich aber wirklich alles, was ich hier auf meinem... Sicher. Willst du nicht mal auf die Rückseite oder so gucken? Nein, weil das ist dann schon der nächste Brief. Dein Fazit zum Brief? Ja, als ich den das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, ja okay, dann nimmt er halt jetzt die Stelle an. Gut, mein Gott. Weiter. Aber ich finde, das steckt halt schon in diesen jetzt ja vier Absätzen, vormals zwei, steckt halt doch eine Menge drin, auch so, wie es ihm so geht mit der ganzen Situation, wie es weitergeht. Und ja, natürlich halt auch schön, wenn man Vornamen und Mittelnamen von Leuten raus will, von denen man noch nicht meinen Namen wusste bis dahin, sondern nur der Registrar. Ja, wie geht es dir damit? Der Unterstrich. Ja, also das ist wieder so ein Brief, der Populärwissenschaftler in mir jetzt nicht so, so ja okay, steckt viel hinter. Es ist halt jetzt so nichts offensichtlich Interessantes. Also ich freue mich, wenn es jetzt mit großen Schritten auf den Hobbit zugeht und die ersten Werksthemen ja auch besprochen werden. Aber es zeigt natürlich auch und dafür liebe ich dieses Projekt ja auch, es zeigt halt einfach auch nochmal den akademischen und den menschlichen Umgang von vor 100 Jahren. Das ist ja etwas, ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste von uns. Klar, ich bin immer noch noch gut dabei, aber allein so, wie sich ja jetzt während meines Lebens der Umgang miteinander verändert hat und Tolkien fühlt sich für mich dann, wenn ich solche Sachen gelesen habe, immer noch viel weiter weg an. Das ist so wie die Zugspitze, wo wir dann, wenn bei Clara Himmel und wir bei uns in der Hofeinfahrt stehen und auf die Zugspitze gucken und denken so, ach da könnten wir jetzt eigentlich, ja wir haben noch zwei Stunden Zeit, die sieht so nah aus, da können wir hinlaufen und du läufst und sie wird immer weiter und sie geht immer weiter. Es geht immer weiter und das ist halt so, gerade jetzt mit der Neuheit, mit diesen, gerade auch nochmal so die Unterschriften, so dieses Untereinander, aber dieses Formelle, Persönliche, aber doch irgendwie zu tief betrübt. Das ist einfach nochmal so ein Umgang mit Menschen, den es heute schlicht und ergreifend nicht mehr gibt. Allein schon, dass wir, also was ich mir denke, bei diesem Abercrombie oder LaSalle Abercrombie wissen wir ja jetzt, im Brief heißt es da halt nur, ich gehe davon aus, Abercrombie wird das schon so. Also er sagt halt auch nur den Nachnamen, so wie es halt in der Zeit auch einfach üblich war. Auch er spricht ja teilweise seine Bekannten dann mit Nachnamen an oder so. Es ist halt einfach wieder, es ist ein Brief für einen Blick in die Zeit und nicht ins Werk. Das stimmt. Und das macht diesen Brief halt einfach für mich zumindest jetzt so besonders, weil es halt einfach nochmal ins Wirklichen, nicht, dass ich jetzt heutzutage irgendwas mit Universitätskanzlern und Direktoren zu tun hätte, weiß Gott nicht, aber das zeigt einfach nochmal so ein Blick in die menschliche Vergangenheit. Ja. Wie man früher nur mal miteinander umgegangen ist. Wenn sich ein Großteil der heutig lebenden Menschen nur ein Müh davon nehmen würden, würde die Wald anders aussehen. Ob besser oder schlechter, das weiß ich, aber sie würde auf jeden Fall anders aussehen. Und von daher finde ich einen schönen Brief, kurz. Solide. Solide. Leicht rauchige Not im Abgang. Könnte aber auch am Kabinensein, der jetzt ausgegangen ist. Ja. Es ist auch der Abend hereingebrochen über uns. Ja. Und dann schauen wir einfach mal, ich glaube, das nächste ist der nächste Brief, was nicht die nächste Folge sein wird. Weil es kommen zwei Folgen wieder dazwischen. Als nächstes die Feedback-Folge. Ihr habt uns ja fleißig Feedback im letzten Jahr geschickt. Könnt ihr auch nach wie vor, also je nachdem, wir werden regelmäßig mal so Feedback-Folgen, wenn sich ein bisschen was angesammelt hat, gerne so eine eigene kleine Folge machen. Für die, die es nicht interessiert, die könnt ihr dann einfach überspringen. Und da der nächste Brief wann ist? Es ist ein neuer, glaube ich, oder? Genau. 8a. 8a. Kommt jetzt neu hinzu. Und es datiert auf den 21. Januar 1934. Und aktuell sind wir ja in? 25. Das heißt, es gibt wieder eine Was-Geschab-Folge. Genau. Die werde ich dann wieder vorbereiten. Sehr gut, danke. Das heißt, ich werde dann mit euch durch die Jahrzehnte, aber nur durch die Jahre sprinten. Fast neun Jahre. Was in der Zeit passiert ist. Aber der Brief, die 8a, der erste Brief, den ist bisher noch nicht im Deutschen. Teaser uns schon mal an. Also der geht an seinen ältesten Sohn John. Okay. Der auf ein Internat gegangen ist. Deswegen halt überhaupt Briefe geschrieben werden. ist 16 Jahre alt. Und ich würde mal anteasern, seine Leistungen sind vielleicht nicht unbedingt das, was Papa Joaquin gerne sehen würde. Oh, 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 oh. Ein blauer Brief nicht von den Lehrern, sondern vom Vater. Nein, aber ich war doch ein bisschen überrascht über den Ton. Ich dachte mir so, ups, ja, ja, ich habe meine Mathehausaufgaben gemacht. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Und ich würde sagen, dann machen wir jetzt für heute mal die Klappe zu. Und ihr hört ganz bald auch schon wieder von uns mit den zwei anderen Folgen. Und dann gibt es großes Housekeeping in der nächsten Folge. In diesem Sinne. Schreibt mal wieder. Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Teuking-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt es unter teukingesellschaft.de